Normalerweise ist es ein Fotoapparat, aber er macht Kurzfilme und die sind so hervorragend wie mit einer normalen Kamera. Und am Computer sieht es natürlich schön aus. Ja, und wie blickt denn der Ton? Wie klingt denn das? Uff, jetzt lassen wir die Eier hier an. Mach mal Schluss, dass man hören kann. Also hier hört es sich natürlich nicht so gut an wie am Computer.